Es wird dunkel, es wird dunkel um Kentlin, Leute, Leute! So, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, der Zerstörer aus Ziegelstein, Golem. Ich habe in der ersten Folge erwähnt, ich habe zwei Videos gesehen, bevor ich das Spiel gespielt habe. Und eins davon war der erste Bossfight, daher weiß ich, wie er funktioniert und es tut mir leid. Nein, ich werde nicht sterben und unsere Stadt wird auch nicht kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch darauf gefreut habt, dass das passieren wird, aber Pech gehabt! Leider nicht. Leider nicht, aber freut euch. Ich habe nur diesen einen Bosskampf gesehen, wie gesagt, ich wollte, bevor ich mir das Spiel hole, ich musste wissen, wie die Bosskämpfer auch sind. Du Arschgrütze. Du blöde Arschgrütze. Das private Schlafzimmer wurde zerstört. Ich hau dir aufs Maul. Ich hau dir aufs Maul! Gib mir das, das brauche ich. Der kommt jetzt angezwirbelt. Da müssen wir weglaufen. Nein, nein, dann machen wir halt einen Golem-Guide daraus. Versteck dich hinter dem... Ach, da unten steht es ja sogar. Der Golem ist verwirrt oder... Äh. So. Jetzt knallen wir dem hier noch einen vor den Latz. Lege eine knallige Kugel unter dem Golem. Scheiße! Hä? Was ist denn... Was ist denn das für eine Kacke? Der Golem versucht schon, dass sie uns... Uh. Okay, das ist gut. Da ist genau mein Kenton-Schild. Oh. Alter. Da wäre eh das Kenton-Schild gewesen, da wäre nichts passiert. Also wir müssen erst dreimal seinen... seinen... seinen Knallball mit dem Kenton-Schild abwehren. Dann dreht er sich auf uns zu. Und dann müssen wir... Wenn er dann sich ausgezwirbelt hat und sein... ähm und sein... Dingsbums, sein Gleichgewicht verloren hat. Dann müssen wir ihn zum Stürzen bringen und dann... Ja. Was wir dann machen müssen, anscheinend weiß ich anscheinend selber nicht. Weil eben hat es nicht funktioniert. Da. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen ihm wieder vor die Beinchen einlegen. Mann, was... Was heißt denn nicht genug? Perz, was ist denn das für eine Kacke? Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, na also. Uh. Mr. Mr. Jetzt kommen erst mal kleine Mops. Jetzt müssen wir die erst mal kalt machen. Das ist natürlich kein Thema. Okay. Die Schwächsten sind sie allerdings auch nicht. Okay. Ähm. Okay, Alter, wie... Alter, wie sollten die so viel aus? Bin ich bekloppt? Ich knall die auch gleich mit der knalligen Kugel weg, ey. So. Wo ist er? Scheiße, da kommt... Oh, scheiße, da kommt... Da komme ich nicht hin. Oh, du Wichser. Ich habe meine Schilde nicht gut platziert. Das da schon. Aber ich weiß nicht, ob dann trotzdem was kaputt geht. Hier die Versager. Friss Scheiße. Ich hasse es, wenn man meinen Dorf kaputt macht, du Penner. Wobei, mittlerweile ist es ja eine fette Stadt. Mittlerweile ist es wirklich eine fette Stadt. So, der Golem wird Fuchs Teufelswild. Ja, soll er. Soll er machen. Ist ein Versager. Ist ein Versager. Ach so. Ich bin so doof. Oh, scheiße, 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 scheiße. Mann. Nein. Nein. Ich habe übrigens keine Lust, gegen die drei Dinger da zu kämpfen. Deswegen. Äh. Ich meine. Keine Lust, gegen die fünf Dinger da zu kämpfen. Deswegen habe... Scheiße, Alter. Deswegen habe ich mir gerade was anderes überlegt. Das ist doch viel besser. Das ist doch viel... Pass mal auf, Alter. Pass mal auf, Alter. Oh, Mann. Bist du bekloppt? Wo ist er denn? Oh, schnell, 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 schnell. Schnell. Oh. Alter. Alter, war das knapp. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, Freunde. Der Golem wurde beseigt. Nice. Nice, scheiße. Wir haben unseren ersten Boss-Kalt gemacht. Und alles, was jetzt passiert... Na, was heißt alles, was... Ich wusste, ich habe nur zwei Videos gesehen. Das war einmal, was weiß ich, so ein Reinguck-Video halt, was Dragon Quest Builders überhaupt ist. Und einmal diesen Boss-Fight. Aber alles, was jetzt danach kommt... Na gut, wir kennen uns jetzt natürlich aus mit dem Spiel. Aber ich meine jetzt gegnermäßig und so. Ist jetzt alles... Neuland. Shanna erhält die rostige Medaille. Toll. Was für eine Belohnung. Emblem von Ehedem. Legendärer Gegenstand. Die lange, verschollten, geglaubte Medaille eines legendären Helden. Lässt das Licht am Himmel über Candlin zurückkehren. Ja gut, es ist... Es gibt Tag und Nacht, aber ganz hell war es wirklich nie. Das stimmt wohl. Oh, gut gemacht, Löl. Wir haben es geschafft. Denn wir haben einen Lektion erteilt. Und wir in der Tür hässlich schlimmer laufen können. Ich kann das alles nicht so schnell lesen, ey. Ich kann das alles nicht so schnell lesen. So. So, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber... Oberste Priorität... Oberste Priorität ganz klar... Aufbauen. Reparatur... Reparaturarbeiten. Gut. Äh. Ne, Moment. Moment. So, schau mal. Das ist wieder heile. Das ist wieder heile. Das ist gut. Und es ist geil. Es ist nur an zwei Stellen was kaputt gegangen. Es ist nur an zwei Stellen was kaputt gegangen, obwohl wir das Schild so scheiße platziert hatten. So, was müssen wir hier machen? So, die Portale sind heile geblieben auf jeden Fall. Die Flaschen sind auch heile geblieben. Wunderbar. Wo? Oh nein, dieser Versager. Dieser Versager. Der hat uns hier gar nicht den... Äh, den... Wie heißt es? Wie heißt denn das Zeug? Der hat uns gar nicht die Kreide wiedergegeben. Wie brauchen wir da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So ein Penner. So ein verfluchter Penner. Das legen wir natürlich ab. Das wollen wir nicht. Ähm. Sechsmal Kreidestein. Hier. Nice. Nice. So scheiße. So scheiße. Nice. So scheiße. Okay, das ist schon wieder richtig. Sechs Stück. Das scheint auch einfach zu sein. Zwei davon. Das kriegen wir auch noch gerade so hin. So, dann Ziegel, eine Wandleuchte und die beiden... Scheiße, wo ist die Wandleuchte her? Wo zum Teufel ist die Wandleuchte? Ja, die war doch nicht hier. Die habe ich aber... Hä, die habe ich... Die habe ich doch nicht von hier oben. Scheiße. Scheiße. Hä, wo habe ich denn die Wandleuchte her zum Teufel? Kacke, jetzt muss ich mir wieder eine alte Aufnahme angucken, um herauszufinden, ob ich hier doch eine Wandleuchte drin hatte. Nee, 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 das kann gar nicht sein. Ich hatte sowas Hässliches nicht. Ich hatte definitiv nicht sowas Hässliches. Die beiden Wandleuchten an der Burgmauer sind auf jeden Fall noch da. Und sie hat da drüben auch so einen Kronenleuchter. Ah, oder, oder, lasst mich mal... Lasst mich mal gucken. Es kann vielleicht... Nee, eigentlich auch nicht. Nee, hier haben wir die hier. Scheiße, wo habe ich die... Wo habe ich die her? Die habe ich zusammen... Die habe ich hier hinten eingesammelt, nach den Ziegeln. Das heißt, an sich muss die von hier... Hatte ich die hier dran? Shit, das darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Das ist quasi... Das ist wie eine Niederlage für mich. Ich weiß nicht, wo die Wandleuchte hingehört. Die muss wieder genau an Ort und Stelle platziert werden. Shanna baut ein Privat... Oh, nice. Nice. Ups. Oh, nein. Tu, was ich dir befehle. So, die Säcke, die waren... Äh... Ja, wo genau waren die denn? Ich glaube, hier. So. Wandleuchte. Tja. Die Wandleuchte. Wo zum Geier? Wo zum Geier? Er hat hier kaputt... Mensch. Er hat hier... Das heißt, die muss... Die muss hier dran gewesen sein. Die muss... Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir haben die Ortschaft wieder repariert. Hier, was sagt denn der Schleim dazu? Das war... Du hast diesem groß... Das ist in Godeleim, das im Hören und Sehen vergangen ist. Er sagte, die Menschen in Kentlin hätten ihn gebaut, damit er die Stadt vor den Monstern verbreitigt. Godeleims verschwillieren nicht viele Worte, aber ich meine, dass dieser etwas gesagt, bevor er verschwunden ist. Er sagte, er wollte... Er wollte einfach nur, dass alle in Frieden und Harmonie zusammenkleben. Ich glaube, es war der Golem ein... Äh... Es war dem Golem ein Herzenswunsch, seinen Platsch unter den Menschen wieder einzunehmen. Manchen. Unter den Manchen. Ja, ich manche dich auch gleich. Wartet. Was können wir jetzt mit dem Ding da? Emblem von Ehedem. Die lange verschollen geglaubte Medaille eines legendären Helden. Letzt das Licht am Himmel über Kentlin zurückkehren. Eine russische Medaille, fünf Ohre Chalkum, drei Stahlbarren, eine Kohle. Das kann ich. Das kann ich. So, wo ist der Alte? Der pennt wieder. Der pennt wieder den ganzen Tag nur. Bei meinen strahlenweißen Zähnen. Du hast es geschafft, Shanna. Du hast den Golem vernichtet. Die Stadt Kentlin wurde gerettet. Und das haben wir nur dir zu verdanken. Danke, Shanna. Vielen Dank. Hä? Wo hast du denn diese rostige Medaille her, die du da in der Hand hast? Äh, 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 ist das etwa die legendäre... Stelle das Emblem wieder her. Das mache ich. Roy, wenn du so sehr darauf bestehst, Alter, dann muss es ja mega geil sein. Wir stellen es wieder her. Hier, Emblem von Ehedem. Alter, was passiert hier nur? Shanna stellt ein Emblem von Ehedem her. Jetzt kommt der Bekloppte bestimmt. Ja. Äh. Ich glaube, der hat sich verlaufen. Ausgezeichnete Arbeit. Monster erscheinbar. Oh, tut mir leid, Roy. Ich kann... Hä, wieso werden wir immer noch von Monstern angegriffen? Wir haben doch den Golem getötet. Ich dachte, das war der Anführer und jetzt kommt nichts mehr. Ey, was für Wichser. Was für Wichser sind denn das? Ich habe gerade meine Stadt verteidigt gegen den Obermutz. Ja, und da kommt ihr, oder was? Könnt mich... Ihr könnt mich mal. Äh, jetzt ist er wieder da hinten. Bei meinen filigranen Fingern. Du hast es geschafft. Du hast das Emblem von Ehedem wiederhergestellt. Damit hätten wir alles, was erforderlich ist, um die beklemmende Dunkelheit zu vertreiben, die in Cantlin herrscht. Schnell, Shanna. Begib dich zu deinem Banner der Hoffnung und teilte das Emblem Gen Himmel. Mission complete. Zehnmal Heilkräuter ließ. Neitsch. Na gut. Ich halte es Gen Himmel. Spei... Äh... Achso, ja. Emblem von Ehedem. Die Jahre Christoph력 Leben Us Ex stat consciencias 備 Feier Die Jahre das io und Das Licht kehrt nach Kenton zurück. Nice, Alter, die Sonne scheint. Shana, mein Kind, das hast du gut gemacht. Dieses Land wurde vom bösen Einfluss des Drachenfürsten befreit. Seine Bewohner können es jetzt aus eigener Kraft wieder aufbauen. Aber vergiss nicht, mein Kind. Es gibt noch so viele andere Leute auf der Welt, die deine Hilfe benötigen. Bei meinem kapitalen Kopf, sieh nur Shana, sieh dir das an. Der Himmel, er ist ja so klar, so groß und so blau und wunderschön. An diesem Abend veranstalteten die Bürger von Kenton ein Festmahl, um die Rückkehr des Lichts zu feiern und Shana für ihren heldenhaften Einsatz zu danken. Die Angriffe der Monster hatten ihre Spuren in Kenton hinterlassen. So war es nicht gerade eine rauschende Feier und das Mahl blieb bescheiden. Trotzdem wurde bis tief in die Nacht hinein gelacht und geschunkelt. Dann brach ein neuer Morgen an. Gesoffen haben wir wie Schweine. Morgenstunde ist ungesund, was Shana? Ich habe gestern Abend so viel gelacht, dass mir jetzt noch alles weh tut. Wer hätte gedacht, dass Laroch solche Witzauflage hat. Und als ich so dumm war, Pilis Essen zu probieren, ich bin heilfroh, dass ich den ersten Bissen überlebt habe. Ach übrigens, Shana, ich habe gestern spät in der Nacht eine merkwürdige Lichtsäule gesehen, die über den östlichen Berg zum Himmel aufgestiegen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn da etwas Bedeutsames im Gange wäre. Vielleicht solltest du dich dort einmal umsehen. Natürlich musst du nicht gehen, wenn du nicht willst. Ich dachte mir nur, das könnte dich interessieren. Wenn du von nun an mit deiner Zeit... Was du von nun an mit deiner Zeit anstellst, ist ganz deine Sache. So, unser Schild löst sich bald auf. Wir haben... Alter, wie geil ist denn das? Genau 100 Tage, als wenn wir es drauf angelegt hätten. Geil. Wie geil ist denn das? Tja. Tja. Wir haben hier Raumanleitungen. Wir haben hier Baupläne. Wir haben hier Anleitungen. Äh. Ach so, der Brotkorb war noch neu. Ja gut, den haben wir jetzt nicht gebaut. So. Äh. Osten. Osten. Osten ist rechts. Das ist da... Das ist da, wo wir... Wo wir Roy... Wo wir Roy befreit haben. Das ist Ost... Ach ja, da war ja dieses komische Ding im Boden. Da war ja so ein komisches Symbol, wo ich dachte, dass es ein Teleporter ist. Sieht man das von hier? Ne. Das ist auf jeden Fall Osten da. Gut. Dann würde ich sagen, ja. Dann würde ich sagen, das ist unser Ziel. Sobald wir nochmal uns verabschiedet haben von den guten Leuten hier. Hallo, Shanna. Wie fühlst du dich jetzt, da alles so herrlich friedlich ist? Du hast diesen grässlichen Golem ganz allein besiegt. Vermutlich hältst du inzwischen große Stücke auf deine Fähigkeiten als Kämpferin. Ich habe übrigens gehört, dass seit Menschengedenken drei riesige Drachen in dieser Gegend leben. Wenn dich so etwas interessiert, solltest du ihnen vielleicht eine Aufwartung machen. Natürlich nur, wenn du sie nicht sowieso schon längst erschlagen hast. Was soll ich dazu sagen? Shanna, Shanna, ich bin bekleistert von meinem neuen Leben unter Manschen. Pili und ich sind jetzt beste Schleimkumpel. In letzter Zeit kochen wir jede Menge zu Schlamm. Neulich haben wir einen riesen Sack Wuselwürmer über Nacht in Schlamm gekocht. Und dann haben wir sie reu-schlürfiert. Möglich, dass er nur zu hastig gegessen hat. Aber er hat ganz dill gehustet, bis ein Wurm aus seiner Nase kroch. Pili ist die Wüste. Wenn ich mal ein großer Schleim bin, will ich sie brei raten. Ey, pass mal auf, du kleiner Furz, Alter. Es gibt nur einen Menschen, der Pili Schleim ratet. Ja? Kleiner Wichser. Kleiner Wichser. So, Kenny. Ich will ehrlich zu dir sein, Shanna. Als du mich hierher eingeladen hast, um mit der Stadt zu helfen, dachte ich, die Sache würde ein Kinderspiel werden. Aber jetzt kommt es mir vor, als seien wir vom Regen in die Traufe geraten. Wenn ich so darüber nachdenke, wir leben in einer Welt voller Monster, die vom Drachenfürst in Finsternis gehüllt wurde. Es war albern zu denken, dass es wirklich so einfach sein würde. LaRoch. Ah, Shanna. Was läufst du denn schon wieder durch die Gegend wie ein Schlafwandler? Sieh dir nur den Himmel an. Er ist so hell und klar. Und nicht eine dunkle Wolke ist am Horizont zu sehen. Diesen Himmel haben wir nur dir zu verdanken, Shanna. Lach doch mal. Du solltest mit stolz geschwellter Brust durch die Stadt marschieren und die Nase hochtragen. Du hast das Licht zurück nach Kentlin gebracht. Aber der Rest von Alephgard ist immer noch in Dunkelheit versunken. Aber du musst dein Ziel im Auge behalten und dich weiter darauf zu bewegen. Ich glaube daran, dass du das Zeug dazu hast, die ganze Welt zu retten. Das habe ich. So. Pili und Sheridan fehlen noch und Magnus. Pili, Sheridan und Magnus. Shanna, eine Sache will mir nicht in den Kopf. Du kannst doch lesen, nicht wahr? Wäre es dann nicht viel einfacher, die Kentlin-Chronik selbst zu lesen, als die Reut zu überlassen? Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Es ist nun sowieso ein bisschen zu spät, um das anzusprechen. Wenn du Zeit übrig hast, kannst du stattdessen ja auch ein paar neue Räume bauen. Zum Beispiel könntest du ja eine Menge Töpfe in einen Raum mit einer Truhe stellen oder sowas in der Art. Tja, also den Bauplan dafür hätte ich schon gerne jetzt. Das ist natürlich schön, dass wir jetzt nach dem Durchspiel noch Raumanleitungen kriegen. Ähm. Äh. Menge Töpfe in einen Raum mit einer Truhe. Scheiße. Das müssen... Oh, scheiße. So, wir müssen noch mit Pili und mit Magnus reden. Wo ist denn Magnus? Das ist doch ein Verfluchter. Hey, da ist er doch. Ich bin so bescheuert. Weißt du, Shanna? Es gibt Gerüchte darüber, dass die Leute früher etwas betrieben haben, was sich Landwirtschaft nannte. Dabei vergräbt man Samen und Keime im Boden und nimmt sie wieder heraus, wenn richtige Pflanzen herausgewachsen sind. Ich bin von der Idee begeistert. Ich spüre, dass es Zeit wird, den Schmiedehammer an die Wand zu hängen und etwas Neues zu versuchen. Und zwar in diese Landwirtschaft. Bleibt nur die Frage, ob so etwas überhaupt noch funktioniert, nachdem die Menschheit die Fähigkeit verloren hat, Neues hervorzubringen. Joa. Probier einfach. Probieren geht über studieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass du Bäume pflanzen kannst. Und die wachsen dann. Das kann ich dir auf jeden Fall versichern. Da ist unsere Pili. Ich danke dir, Shanna. Vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass der Himmel so hell sein kann. Jetzt wird meine Wäsche viel schneller trocken und wir können so viele schöne Blumen anpflanzen. Und, und... Ach, das ist die Idee. Wenn du alles erledigt hast, was du vorhast, machen wir ein Picknick. Nur wir beide. Yes, Jackpot, Baby. Sie liebt uns. Ich werde mich gleich in die Arbeit stürzen und die beste Brotzeit zubereiten, die du dir vorstellen kannst. Also vergiss es nur nicht, hörst du? Nein, das mache ich nicht. So. Was ist jetzt mit dem Raum? Was ist jetzt mit dem Raum? Wie viele Ziegel haben wir? Wir machen einfach einen Obsidianraum. Das heißt dann wahrscheinlich Lagerraum, würde ich mal sagen. Wir bauen das auf jeden Fall aus Obsidian. Hier. Hä? Komm zu. Töpfe. Wie viele Töpfe habe ich? Ich hab... Ja. Ich hab gar keine Töpfe. Ich hab wirklich gar keine Töpfe. Scheiße. Oh, Freunde, Alter. Ja, Freunde, Freunde, Freunde. Ich dachte, ich wollte hier jetzt eigentlich nicht mehr bauen. Topf. Topf, 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 Topf. Drei Stück brauchen wir. Alter. Wir könnten 50 bauen. Nee, ich kann mir schon was vor... Oder? Wir bauen vier. Vier Stück. So. Irgendwo ein kleines Fleckchen Topf. Ein kleines Fleckchen Platz, um Töpfe zu bauen. Bitte, irgendwo. Scheiße, 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 scheiße. Ähm. Der Lagerraum, na gut. Der muss ja eigentlich auch gar nicht begehbar sein. Ich würde den gerne... Ah, hier, hier geht's nirgendwo. Hier geht es wirklich... Wir müssen... Wir können jetzt ja so hier hoch springen. Eigentlich. Eigentlich könnten wir. Scheiße. Scheiße. Ich hab'n Plan. Ich hab' auf jeden Fall'n Plan. Vertraut mir. Und der Plan sieht genau so aus. Ein geilen Obsidian-Lagerraum. Höh. Höh. Achso, ne... Ah, ne Tür brauchen wir auch noch. Die muss natürlich hier rein. Zum... Oh, Alter, zum Glück, Alter. Alter, was wär'n jetzt gewesen, wenn wir... Wenn wir das Obsidian nur mit dem TNT kaputt hätten machen können. Dann hätten wir jetzt hier erstmal fett alles kaputt reißen müssen. So. So. Lagerraum. Da brauchen wir natürlich eine vernünftige Tür für. Soll ja nicht jeder reinwuseln. Oh. Ich bin so bekloppt. Och. Seht ihr... Seht ihr, wie bekloppt ich bin? Ihr sollt... Ihr wollt... Ihr solltet bei wem anders gucken. Also das hier, das geht nicht. Ich bin so bekloppt. Noch ein weiter nach da kann ich nicht, weil dann funktioniert das da nicht mehr so richtig. Das soll ja nur so ein kleiner Lager rum sein. Hier, zack, bumm, dass man da dann so bumm und machen kann. Äh, Trophäe halt ein Deluxe-Dekorator. Äh, äh? Ich weiß leider nicht, was das bedeuten soll. Ähm. Äh, so. Ja, das waren noch nicht genug Töpfe. Hier bauen wir einen hin. Dann kann man hier trotzdem noch hochspringen. Auch die normalen Menschlies. Jetzt haben wir noch drei Scheiße. Die müssen wir irgendwo... Die müssen wir auch irgendwo platzieren. So leid es mir tut. Ich würde... Den kann ich jetzt aber nicht unten platzieren. Was machen wir mit diesen drei Steinen? Die müssen irgendwo hin. Es tut mir leid. Die müssen irgendwo hin. Die müssen weg. Ah, da finde ich einen Platz für. Da... Tja. 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 Was weg muss. Muss weg. Monster. Ich denke nicht mehr. Ich denke nicht mehr verflucht. Mann. Das darf nicht wahr sein. Ihr verfluchten Missböcke. Sterb da jetzt. Meine... Und bitte verliert nichts. Bitte verliert nichts. Arschloch. Arschloch. Ja. So. Ach so. Töpfe. Ja. Wir brauchen noch mehr Töpfe. Scheiße. Aber wenn der das sagt... Es muss... Sorry. Es muss ein Raum sein. Jetzt haben wir es doch nicht in genau 100 Tagen geschafft. Das macht mich... Das macht mich fix und fertig. Ich hoffe... Ich hoffe... Scheiße. Scheiße. Ich glaube, das ist doch kein Raum. Ich glaube, der hat das nur so zum Spaß gesagt. Bitte, Alter. Bitte enttäusch mich nicht. Das ist... Oh nein. Das ist jetzt... Scheiße. Ach so. Warte. Man braucht doch... Für einen leeren Raum braucht man doch immer erst mal Licht. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass wir gar kein Licht haben. Ähm. Hier. Das ist für einen Lagerraum natürlich perfekt. Shanna baut eine Abstellkammer. Eine Premiere. Fünfmal Topf, einmal Truhe, einmal Lichtquelle. Abstellkammer. Dieser Raum ist voller Töpfe. Du darfst ruhig einen Blick riskieren, aber es ist nichts drin. Bewohner stellen Töpfe her und legen sie in die Truhe. Okay. Bewohner stellen Töpfe her und legen sie in die... Das ist geil. Da muss man nie wieder selber welche bauen. Ähm. Ein... Wow. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, der kann auch noch weg. Das ist nice. Das ist perfekt. Perfekt. Das ist perfekt. Und hier legen die jetzt Töpfe rein. Wie geil ist denn das? Wir haben einen weiteren Raum gelernt. So. Damit hätten wir es aber. Damit hätten wir es. Wir nehmen viel zu lange auf, ey. Ich habe für das erste Kapitel, ich weiß nicht, ey. 50 Folgen oder sowas gebraucht. Das... Das darf man gar keinem erzählen. Das darf man gar keinem erzählen. So. Abstellraum. Ich bin begeistert. Ich kann... Ich kann gar nicht genug kriegen von dem. So. Gebäude. Raumanleitung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es bei zehn Stück eine Trophäe hätte geben sollen. Bei zehn Raumanleitungen. Oder... Oder... Oder waren das zehn Baupläne? Weiß ich nicht. Irgendeine Trophäe haben wir ja bekommen. Aber ich weiß gerade nicht, welche das ist. Kann die sein, wo man 3000 Objekte platzieren muss vielleicht. Vielleicht. So. So. Jetzt haben wir es leider doch, wie gesagt, nicht in den 100 Tagen geschafft. Das macht mich sehr traurig. Wir gucken mal kurz. Kann das... Es kann natürlich auch sein, dass 100 die Maximalanzahl ist. Ne. Scheiße. Naja. 101 Dalmatiner lassen grüßen. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Freunde. Ich verabschiede mich. Ich habe mit allen gesprochen. Keiner hatte was Tolles zu sagen. Ich bin sehr mitgenommen. Und schlecht gelaunt. Dass keiner Tschüss oder sowas sagt. Naja. Leckt mich doch. Leckt mich doch alle. Die Drachen, die habe ich leider schon geschlechtet. Leckt mich doch einfach. Ach doch. Hier auf der Karte. Da sieht man jetzt das Funkeldunkel. Nice. Das heißt, wenn man nicht weiß, wo Osten ist, hätte man trotzdem hingefunden. So. Hier. Mormoron-Suppe. Da hinten. Eins der ersten Betten, in denen wir geschlafen haben. Eine richtige Penner-Behausung. Gelesen haben wir. Nice. Wir hätten vielleicht gerade intelligenterweise nochmal speichern sollen. Aber jetzt ist zu spät. Da ist es. Da ist das Leuchten. Dann schauen wir mal. Shanna, mein Kind. Das Licht, das du vor dir siehst, ist ein Portal in das nächste Land, von dem du den Fluch des Drachenfürsten nehmen musst. Die Gegenstände, das Wissen und die Stärke, die du an diesem Ort gesammelt hast, werden die Reise nicht überstehen. Nice. Sobald du dieses Lichtportal durchschreitest, verlierst du alles. Aber Shanna, mein Kind, wenn es immer noch dein Wille ist, die Finsternis aus dieser Welt zu vertreiben, dann bitte ich dich, ohne Furcht und Reue in den wirbelnden Strudel zu treten. Und sei dir gewiss, dass ich immer über dich wachen werde. Tja, äh, wir haben mit allen gesprochen, dass mein Gebäude und so nicht behält, das wusste ich ja. Ja, ja, ich wüsste jetzt, wir haben, wir haben mit allen gesprochen, wir haben alles wieder heile gemacht, wir haben noch einen neuen Raum gebaut, wir haben die drei Drachen getötet. Nö, es tut mir leid. Es tut mir leid, meines Erachtens nach haben wir soweit alles. Wir betreten das Portal. Bist du sicher, dass du dieses Gebiet verlassen und zur nächsten Insel reisen möchtest? Ja. Du verlässt uns also, Shanna. Ich habe geahnt, dass dieser Augenblick kommen würde. Könntest du nicht noch ein Weilchen bleiben und uns dabei zu helfen, Candle in den Alpenglanz erstrahlen zu lassen? Nein, ich nehme das zurück. Es war selbstsüchtig von mir. Shanna, mein Mädchen, du hast mir etwas klargemacht. Um Kentens alten Ruhm wiederherzustellen, reicht es nicht, Mauern und Türme zu bauen. Wir müssen Brücken der Freundschaft zwischen unseren Mitbür... Es tut mir leid, es geht nicht. So ernst der anders auch sein mag, so eine rührselige Rede kommt mir nicht über die Lippen. Na los Mädchen, tritt in das Licht. Es gibt viele Orte auf der Welt, wo deine Hilfe viel dringender benötigt wird als bei uns. Ach, ich hatte beinahe etwas sehr Wichtiges vergessen. Pili hat darauf bestanden, dass ich dir etwas gebe. Auch wenn du alles andere auf deinem Weg durch das Portal verlierst. Wenn du dieses Geschenk nur fest genug hältst, kannst du es bestimmt hinüber retten. Leb wohl, Shanna. Hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Was ist das? Was zum Teufel ist denn das? Hä, das ist ja wie ein Arcade-Spiel. Ergebnis. Punktzahl 25.440 für unsere Siedlung. Fertigungsdauer in Tagen 101. Tode 0. Yes! Eingeprägte Anleitungen 88. Zahl der Fertigungsvorgänge 516. Das andere kann ich nicht mehr lesen. So. Kapitel 1. Herausforderung. Schließe das Kapitel innerhalb von 20 Tagen ab. Wir haben 101 Tage gebraucht. Aber ganz ehrlich, wenn man nur durchrennt und nur die Missionen macht, dann sollte das kein Problem sein. Bringe deine Siedlung auf Stufe 5. Das haben wir. Dafür haben wir was bekommen. Du kannst jetzt steinerne Einrichtungsgegenstände in Terra Incognita herstellen. Das wird, denke ich, der Freebuild-Modus sein. Besiege die drei Drachen. War auch nervös. Haben wir auch. Du kannst jetzt Podeste in Terra Incognita herstellen. Bauer einen Candlingarten. Haben wir nicht. Okay. Wir haben immerhin einen Hämmerlingentreibhaus. Und davor hatte ich doch auch einen Garten, Mann. Repariere den Friedhof der Hämmerlinge. Oh, das war auch... Nun haben wir das noch gemacht. Du kannst jetzt Stoßdämpferstiefel in Terra Incognita... Geil, Alter! Stoßdämpferstiefel. Ihr wisst, das ist das, was wir haben. Das heißt, in Terra Incognita können wir auch unendlich fallen. Was war das Unterstritts? Du kannst dir jetzt die kapitelspezifischen Herausforderungen ansehen. Gefundene Gegenstandskategorien 215. Pling! Trophäe erhalten! Konservator von Candlin. Dafür, dass wir Kapitel 1 abgeschossen haben. Okay. Also, wir müssen quasi noch das Kapitel in 20 Tagen abschließen und einen Candlingarten bauen. Tja. Machen wir. Kapitel 2. Rimulda wurde freigeschaltet. Terra Incognita wurde freigeschaltet. In Terra Incognita wurde eine neue Insel freigeschaltet. Okay. Deswegen. Ne. In Terra Incognita wurden neue Anleitungen freigeschaltet. Deswegen. Den Freebuild-Modus, den mache ich erst, wenn wir die Story fertig haben. Weil ihr habt ja eben gesehen, für die Herausforderungen schalten wir da Sachen frei. Und so weiter und so fort. Deswegen. Das bringt jetzt nichts, wenn wir da hingehen. Weil dann können wir eh nur Scheiße bauen. Terra Incognita. In diesem außerhalb von Alephgard gelegenen Gebiet kannst du deinem Schaffensdrang freien Lauf lassen und deine Kreation mit anderen Spielern teilen. Rimulda. Auf dieser im Osten Alephgards gelegenen Insel erhob sich einsmals eine von einem kristallklaren See umgebende Stadt. So, jetzt will ich kurz gucken, die Herausforderungen. Wie kann ich mir die angucken? Von Anfang an Spiel. Herausforderungen ansehen. Achso, mit Viereck. Warte, geht das hier auch? Scheiße. Scheiße. Oh nein. Rimulda-Dschungel. Die Sümpfe des Siegtums. Mein Kind, du bist erwacht. Dies ist der nächste Ordner deiner Hilfebedarf, Shanna. Das Land Rimulda. Vor langer, langer Zeit zierte eine wohlhabende Stadt diese Insel und ihre Gestade wurden von kristallklarem Wasser umspült. Doch heutzutage hat dieser grässliche Dschungel alles überwuchert. Die wenigen Überlebenden ängstigten sich vor einer schrecklichen Krankheit. Hier, mein Kind, nimm dieses Geschenk. Oh. Alter, da hinten ist ein Turm. Begib dich zu dem Licht, das du vor dir siehst, Shanna. Und lasse dieses Banner der Hoffnung im Zentrum der Ruinen wehen. Es mag sein, dass dir zunächst alles seltsam erscheinen, Kind. Die Menschen, denen du hier begegnest. Die Monster, gegen die du kämpfst. Sogar deine neuen Bauwerke. Doch ich weiß, dass du bald deinen Platz in diesem Land der Leiden finden wirst. Geh nun, Shanna. Geh zu dem Licht. Das, äh, war natürlich absolut... Alter, das Geschenk von Pili ist ja wohl nicht die Pflaumenbeere. Ich, äh, Alter. Das Geschenk von Pili ist ja wohl nicht die Sch... Oh. Wir haben immerhin Reisegewand. Wir haben sogar ein Riesenhammer. Wir fangen schon mal viel besser an. Anleitungen. Okay, die Anleitungen sind alle weg. Die Raumanleitungen haben wir immerhin. Ja, zum... Dann... Sie da zum... Zum Glück haben wir eben noch... Die Abstellkammer gebaut. Zum Glück, Alter. Die bleiben immerhin. Auf jeden Fall... Äh, ich wollte gar... Ich wollte mir die Herausforderung angucken. Weil da stand, du kannst dir jetzt die kapitelübergreifenden Herausforderung angucken. Ich wollte hier gar nicht hin. Ich wollte mit dem Ding noch gar nicht anfangen. Und das machen wir auch nicht. Ich glaube, ich spinne. Äh. Und alle nicht... Und wir haben hier noch mal verloren. Ja, ich will nichts speichern. Ich will das das nächste Mal nochmal von vorne machen. Alter, also wirklich. Freunde. Okay, wir sind auf jeden Fall terra-inkognitös. Das wollen wir aber nicht starten. So, immerhin hier können wir uns Herausforderungen ansehen. In 20 Tagen abschließen. Das heißt, da muss ich nochmal von vorne spielen. Das nehme ich natürlich nicht auf. Das mache ich alleine. Und baue einen Kentlingarten, werden wir schon irgendwie rauskriegen. Und, ja. Das war's mit Kapitel 1, Kentling. Wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, dann geht es weiter. Kapitel 2, Rimulda. Von Anfang bis Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht es gut. Haut euch wieder aufs Ohr. Und ciao. 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 Ciao.